Spätestens seit Covid-19 wissen wir alle, dass sich Viren mit einem exponentiellen Wachstum verbreiten können. Neben uns Menschen werden aber häufiger Tiere von diesen Viren befallen und auch bei ihnen versucht die Arzneimittelindustrie, die Viren mittels Präparaten zu besiegen. Eine Arzneimittelfirma bietet ein solches Präparat zur Behandlung einer neu entdeckten Hasenkrankheit an. Sie behauptet, dass dieses Präparat in mindestens 70% aller Fälle auch zur Heilung der putzigen Dinger führt. Aber behaupten können die ja immer viel. Die Aussage sollte auf jeden Fall überprüft werden. Dazu werden 20 infizierte Hasen ausgewählt und ihnen das Präparat verabreicht. Und gar nicht so schlecht. Immerhin 12 der 20 Hasen wurden tatsächlich geheilt. Aber nur weil 12 Hasen geheilt wurden, heißt es dann auch automatisch, dass die Aussage der Arzneimittelfirma stimmt? Werden wirklich mindestens 70% der Hasen geheilt? Mehrere Sachen scheinen dagegen zu sprechen. Als erstes hat man sich aus der sogenannten Grundgesamtheit aller kranken Hasen nur eine kleine Stichprobe von 20 rausgepickt und nur ihnen das Präparat verpasst. Was aber, wenn man 20 andere Hasen genommen hätte? Wäre die Anzahl der genesenen Hasis dort vielleicht noch niedriger gewesen? In einer anderen Stichprobe sogar deutlich höher? Vor allem aber die Aussage der Arzneimittelfirma mit den mindestens 70%. Ich meine, wenn wir einfach mal die 70% von der Stichprobengröße ausrechnen. 20 mal 0,7, das ergibt genau 14. Mindestens 70% würden dann aber 14 oder mehr genesene Hasen bedeuten, oder? Die 12 Gehalten in unserer Stichprobe sind somit definitiv zu wenig. Die Aussage? Die Hypothese der Arzneimittelfirma muss demnach also schlichtweg falsch sein. Zuallererst. Die Verabreichung des Präparats an einen süßen Hasen ist ein Bernoulli-Experiment. Entweder der Hase wird geheilt oder nicht. Erfolg und Misserfolg. Werden nicht nur einem, sondern allen 20 nach und nach das Präparat verabreicht, so ist das sogar eine Bernoulli-Kette, da sich die Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,7 nicht ändert. Wie üblich führt man eine Zufallsvariable ein, die die Anzahl der Erfolge, hier also die Anzahl der gehaltenen Hasen, angibt. x ist somit binomialverteilt mit den Parametern n ist gleich 20 und p ist gleich 0,7. Die Berechnung von vorhin, die 70% der Stichprobe, im Zusammenhang mit der binomialverteilten Zufallsvariable kann man diese auch als das Produkt der Länge n der Bernoulli-Kette und der Erfolgswahrscheinlichkeit p auffassen und damit als Erwartungswert interpretieren. Im Durchschnitt kann man also 14 gehalte Hasen erwarten. Im Durchschnitt. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch mal 15 oder 16 Hasen sein können. Oder eben auch nur 12. Dieses Verhalten siehst du auch im Histogramm. Dort haben die 14 Erfolge zwar die größte Wahrscheinlichkeit. Erinnere dich, der Erwartungswerk liegt immer in unmittelbarer Nähe der größten Wahrscheinlichkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit für genau 12 gehalte Hasen ist auch noch relativ groß. Dass es in einer Stichprobe also Abweichungen vom Erwartungswert gibt, das ist vollkommen normal. Die Frage ist bloß, wie groß diese Abweichungen sein dürfen. Es können in einer Stichprobe ja auch mal eine weniger sein. Oder man hat etwas mehr Pech. Oder man hat eine echte Pechsträhne und so weiter. Je deutlicher, je signifikanter aber die Abweichung vom Erwartungswert ist, desto unwahrscheinlicher ist die Richtigkeit der Aussage der Arzneimittelfirma. Immerhin treten große Abweichungen nur mit kleinen Wahrscheinlichkeiten auf. Man ist deshalb eher geneigt, die sogenannte Nullhypothese der Firma anzuzweifeln, als zu glauben, dass die Stichprobe nur zufällig so stark abweicht. Die Nullhypothese H0 entspricht in den meisten Fällen der ursprünglichen Aussage oder Behauptung. Hier der Aussage der Arzneimittelfirma, dass die Wahrscheinlichkeit zur Heilung größer oder gleich 0,7 ist. Du hingegen zweifelst mit nur 12 gehalten Hasen die Nullhypothese an. Gefühlt gibt es in der Stichprobe zu wenige Erfolge. Du untersuchst daher, wie groß die Abweichung links vom Erwartungswert sein darf und führst einen linksseitigen Hypothesentest durch. Für diesen formulierst du das Gegenteil der Firmenaussage, die Alternative H1. Du behauptest also, dass die Abweichung vom Erwartungswert so groß war, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit kleiner als 0,7 sein muss. Um deine Alternative nun gegen die Nullhypothese zu testen, brauchst du eine Entscheidungsregel, mit der du zwar nicht mit 100%iger, aber mit 95%iger Sicherheit sagen kannst, ob die Nullhypothese stimmt. Die verbleibenden 5% beschreiben daher einen maximalen Fehler, den man als das Signifikanzniveau Alpha bezeichnet. Mit diesem Signifikanzniveau erzeugst du im Histogramm den sogenannten Ablehnungsbereich. Liegt die Anzahl der gehaltenen Hasen in diesem, dann ist die Abweichung vom Erwartungswert so groß, dass dies nicht zufällig geschehen konnte. In diesem Fall solltest du die Nullhypothese ablehnen. Wie groß der Ablehnungsbereich ist, das wird eindeutig durch das Signifikanzniveau bestimmt. Je kleiner Alpha, umso kleiner der Ablehnungsbereich. Je größer Alpha, umso größer der Ablehnungsbereich. Die Frage ist also nur, wie man diesen Bereich bestimmt. Die geometrische Idee dahinter ist die folgende. Mit einem Signifikanzniveau von 5% oder 0,05 bastelt man sich zunächst eine Obergrenze. Als nächstes sucht man sich eine bestimmte Menge an Erfolgen heraus, stapelt sie aufeinander und prüft, ob deren summierte Wahrscheinlichkeit kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist. Hier im Beispiel habe ich die Wahrscheinlichkeiten für keinen bis einschließlich 10 gehaltenen Hasen aufsummiert. Und nur am Rande, dass ich die Balken hier bei der 5 platziert habe, hat nichts mit der Aufgabe zu tun. Ich brauchte einfach eine Position zum Ablegen. Die summierte Wahrscheinlichkeit liegt dann gerade so unter den 0,05. Ein weiterer Gehaltehase hätte es nicht mehr sein dürfen, schließlich würde die summierte Wahrscheinlichkeit dann deutlich über den 0,05 liegen. Gleichzeitig hätte es aber auch nicht einer weniger sein dürfen. Dann ist die summierte Wahrscheinlichkeit zwar deutlich unter den 0,05, aber mit den 10 gehaltenen Hasen klappt es halt auch. Wir suchen also tatsächlich die größtmögliche Erfolgszahl, sodass die summierte Wahrscheinlichkeit entweder genau gleich oder aber kleiner als das Signifikanzniveau ist. Übrigens, rein rechnerisch musst du dir genau dieselbe Frage stellen. Welche größtmögliche Erfolgszahl g hat die Eigenschaft, dass die Wahrscheinlichkeit höchstens g Erfolge zu haben, kleiner oder gleich dem Signifikanzniveau ist. Und dann heißt es mit Hilfe des Taschenrechners oder des Tafelwerkes, diese Ungleichung zu lösen. Fürs Tafelwerk guckst du in die Tabellen für die summierte, kumulierte Wahrscheinlichkeit und suchst dort zunächst die Länge deiner Stichprobe n ist gleich 20 und die Erfolgswahrscheinlichkeit p ist gleich 0,7. Jetzt schaust du zu den Erfolgszahlen, die kleiner als der Erwartungswert 14 sind, Stichwort linksseitiger Hypothesentest. Und übrigens, falls du gerade nachguckst und diese Zahlen nicht findest, schaue nochmal in der Videobeschreibung. Zum Abschluss nur noch die Wahrscheinlichkeit raussuchen, die erstmals kleiner oder gleich 0,05 ist und schon hast du die größtmögliche Erfolgszahl gefunden. Mit dieser kannst du jetzt deinen Ablehnungsbereich definieren und eine Entscheidungsregel formulieren. In den Ablehnungsbereich packst du alle Erfolgszahlen bis einschließlich der 10 gehaltenen Hasen rein. Werden also in einer Stichprobe höchstens 10 Hasen geheilt, also 10 oder weniger, so ist die Nullhypothese zu verwerfen. Die Abweichung vom Erwartungswert 14 ist so groß, so signifikant, dass man der Nullhypothese mit einer Sicherheit von 95% nicht Glauben schenken kann. Die Alternative H1 wird demnach angenommen. Im Umkehrschluss heißt es aber für unser ursprüngliches Problem, dass die 12 gehaltenen Hasen für dieses Signifikanzniveau nicht im Ablehnungsbereich liegen. Demnach kann für dieses Ergebnis die Nullhypothese nicht abgelehnt werden. Dass bei einer Stichprobe von 20 Hasen genau 12 durch das Präparat geheilt werden, entspricht einer statistisch vertretbaren, nicht signifikanten Abweichung vom Erwartungswert 14. Beachte aber, das muss nicht heißen, dass die Nullhypothese am Ende tatsächlich auch stimmt. Vielleicht ist die Nullhypothese doch falsch. In unserer Stichprobe hatten wir einfach nur Glück. Du kannst also nicht schlussfolgern, dass die Nullhypothese stimmt. Du musst sagen, dass die Nullhypothese bei diesem Signifikanzniveau nicht abgelehnt werden kann. Am Ende muss man bei einem linksseitigen Signifikanztest also nur den Ablehnungsbereich links vom Erwartungswert bestimmen, indem man sich fragt, bis zu welcher Erfolgszahl die kumulierte Wahrscheinlichkeit kleiner als das Signifikanzniveau ist. Das wird dir übrigens in 90% aller Aufgaben vorgegeben sein. Wenn du magst, schaue doch im nächsten Video vorbei. Dort gibt's einen weiteren linkseitigen Signifikanztest im Schnelldurchlauf. Perfekt für dich, um zu sehen, ob du alles verstanden hast, wie man die Schritte sauber notiert und am Ende auch wieder richtig interpretiert.